Jetzt hör mal wie ich noch mal gucken, ob du das was findest. Ein Mädel. Oh, du kommst mal wie ich immer hier. Und, Moritz, könntest du nicht noch mal, du willst doch was auch geben hier? Dann müsst ihr mal... Es ist neu dran. Ja, heute gab es immer an der Bedeke, aber jetzt kriegt man das in kleinen Flaschen, das ist durchverraten. Kannst du mal einen Schluck nehmen? Ja, rät sie nur. Kannst du mal einen Schluck nehmen? 15 Meter, schlusses ne.